Ja liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu CESOVEEV, mit dabei ist Tom, Siamy und John Kedong. Ich check die Kapitänskajüte. Na ich will mir auch mal mit, damit man in der Aufnahme was sieht. Wir können ja auch wieder alles andere mitnehmen. Ja, vor allem die Holzplanken. Bananen zum Beispiel hier. Ne Cannonballs. Wobei hier ist leer. Schade. Ganz unten gibt's Luft, Leute. Okay, ich hab 5 Planken. Wenn ich dann weiß, wie man nach unten kommt. Das war da hinten, ja. Okay, ich komm doch auch runter. Leute, checkt die Fässer. In den Fässern, in denen noch was drin ist, meistens sogar sehr viel drin. Mein Problem ist, ich weiß gerade nicht, wie man nach unten... Ah, die hier. Auch der Schiffsrack ist schwer zu mir gegangen. Ach wie der gerade am Ertrinken ist hier, als er die Luft-Ding-Glase gefunden hat. Und da so... Hust, hust. Ah, ich kann da nicht mehr Planken mitnehmen. Ah, Bananen noch. Sehr gut. Sie hätt' nicht den Schäden mitgelogen. Hä? Welchen Schäden? Ja, hey, Tom. Er hat ja... Warte, ich muss grad nicht hier hoch. Okay, er ist kurz auf K. Wo war denn der Schädel? Der ist jetzt oben auf dem Schiff. Ist da drauf. Okay. Hab die unten alles abgesucht? Ja, es gibt... Vielleicht noch irgendwas, aber... Ach so, da ist der Schädel. Ja gut, nehm' ich mit. Damit ich wieder zum Skelett werde. Skelett-Skelett. Zwar nichts damit zu tun hat, aber egal. Ne. So, bin wieder da. Okay. Oh, das sieht doch super aus hier. Okay, in dem einen fassend doch ein paar Bretter und Bananen. Ja, ich hab... Ja, es gibt auch Bananen, die herumschwimmen. Nicht gesehen. Ja, ich hab' alles voll, ich komm's mal wieder hoch. Boah, wir haben... ...um die 160... ...Bananen. ...Gut so. Wir haben... ...wir haben fast 200 Kanonen gekriegt. Ah, ist auch gut. So. Bisschen mehr... ...wär noch besser. Oh. Da hat ein Blitz angeschlagen da hinten. Ja, ja. Die Krake! Aber die würde ich auch gerne sehen, aber jetzt nicht heute. Da kommt der bald wieder raus. Schon? Ja. Ich hoffe, da wird's dann eine große Krabbe geben. Große Krabbe geben. Äh, ein Schiff. Äh, ein Schiff. Voraus, aber das ist eine kleine... ...Schaluppe oder wie auch immer. Achso, das ist die, die... Ja, die fährt sich schon die ganze Zeit rum. Die hat... Ah, die hat dieses rote, ähm... ...diese rote Flagge, diese roten Piratenflagge. Sehr gut. Ich glaub, die fährt grad frontal auf uns zu. Dann alle drücken. Äh, ja. Er will zum Outpost. Ja, wird schon passen. Ja, dann lass ihn mal abfangen. Bist du sicher? Ja. Ne, wir schauen mal zu, was der macht. Er fährt direkt auf uns zu. Die schießen sehr wahrscheinlich auf das Pulverfass da vorne. Äh, ne, der greift uns an. Soll ich mir den Pulverfass rüber machen? Kannst du schon. Wie du willst. Was denn? Oder? Ist wenn der Kanone? Das ist keiner Kanone. Warte, warte, warte. Ja, jetzt geht an die Kanone. Ja, Police. Oh my god, you son of a car. Was haben sie drauf geschossen? Der Typ ist tot. Er ist tot. Ach, da, er hat das, äh, Steuerruder, äh, manipuliert, sagen wir ich mal so. So, jetzt kommt Kleiner, dreh um, dreh um. Ich geh' ich holen. Ey, Simon, was passiert, wenn ich auf dein Pulverfass schlage? Äh, er ist explodiert. Ja, warte mal. Ich zünde es an, warte. Kommt der wieder? Ja, er kommt wieder. Ja, das war zu hoch und zu früh. Boah. Ich bin an ihm dran. Nicht zu viele Kanonen verbrauchen, bitte. Ich hab'n. 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 Das ist ein schöner Treffer. Jo, der geht unter. Ich hab'n. Oha, dankeschön. Jo. Okay, ja, stopp. Ich hoffe, vielleicht hat noch irgendwas dabei gehabt. Sobald er respawnt, hör dich hin. Alter, 70 Kanone Kugeln. 70. 70. Und der geht jetzt unter. Ich mein, ihr könntet noch schnell rüberkommen. Ach, schade. Ich komme. Dann rette ich dabei noch sein Schiff, aber... Ja, ich hab'n. Nein, nein. Ich bin voll. Ich kann noch was nehmen und ich komm'n mit. Vorab, boy. Bude,ання. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Nehm'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Der hat im Fall noch, äh... ...schätze, aber, ja. er hat doch richtig viele holzplanken jeder nimmt sich voll, wir nehmen uns einen Schädel mit und dann haben wir auch ja, lass ihn zu unserem Schiff 1.50 kanonkupen ich hab gerade 10 mitgenommen er soll seine Lektion lernen und wir haben ohnehin genug los ich nehme auch die Klinik er hat mich abgeschossen stop killing our crew, bitch oh lol, der hat nen mate der hat nen mate monkey's love ist hier ja, das war's für sein Schiff er tut mir leid ist ja gut, wie der unser angreift das war ja sein für ihn komm, truhe, nehmen wir mit definitiv aber zuerst müssen wir sicher gehen, dass er runter geht komm, Simon bleibt noch hier ich geh mal hoch vielleicht hat er ja nen Gang vor Ort gezogen oh ja, geh mal in Deckung was? oh mein Gott ja komm runter, zünde Sand und dann springen wir vom Bord renn, renn, spring bin ich bin ich Alter, wir sind Legenden, Mann wir sind fucking Legenden habt ihr den Schädel auch noch geholt oder ist der noch dort? auch, hab ich äh, ich hab die Truhe, ja ich hab die Truhe ne, den Schädel, ich war die Frage wahrscheinlich wird uns jetzt ein Hai töten, bevor wir zurück am Schiff sind und dann Hör dir Ich schau, ob ein Hai kommt, ja. Der Seini. Okay, wohin soll man als nächstes fahren? Keine Ahnung. Ich sehe leider diese Wolke nicht, was ein bisschen schade ist. Jetzt können wir ja diesen blöden Handelskreider, die ich noch habe, mal abstimmen. Die uns wahrscheinlich überhaupt nichts bringt. Was ist denn das denn? Tiere, die willst du machen? Da ist eine Meerjungfrau im Wasser. Ja, die wird so lange im Wasser sein, bis das andere Schiff spawnt. Ach, dann können wir hier zum Ding fahren, oder? Zum Outpost. Dort uns das Zeug holen und dann Schweine irgendwo holen. Welche Richtung ist der Outpost? Äh, direkt voraus. Also ein bisschen links. Also ja, passt. Ich weiß zwar nicht, bei welchen Outpost wir das andere hinbringen müssen. Goldensan. Wer hat da wieder geschossen? Was für eine Explosion war das? Das klang nach einem Explosion, äh, nach einem Pulverfass. Das gut war ich. Ah, da ist der Goldensanpost. Ich bin da bereit für den Anker. Ich nicht, ne. Jetzt bin ich. Okay, Anker, 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 Anker. Fort. Drehen, 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 drehen. Okay, wir holen. Das, was wir brauchen. Und ich habe den Outpost markiert, wo wir das auch hinbringen müssen. Das Problem ist, nur wenn wir jetzt Stoffkisten kriegen, sind wir leichter Marsch. Nee, wir müssen hier, oh, hier gibt's hier. Das kriegen wir ja nicht. Das sind ja Tierfärben. Tierfärben. Ach, lol. Das ist ja schön. Okay. Ja, wir müssen nur Schweine holen. Wisst ihr, wo es Schweine am besten gibt? Schweine brauchen wir? Okay. Ja. Halt ich mir aus, schon nach anderen Schäfen? Du bist bei mir gerade im Gitter drin. Ja, das bin ich gefahren. Und Schweine fressen uns wieder die Bananen weg. Genau, dann kommen wir mit 20 Bananen zurück. Nee, die fressen uns nicht alle Bananen weg. Äh, Segel hoch, oder was? Ja, ich hätte die. Ach, du holst noch ein bisschen mehr Loot. Ach, wie das leckt hier. Oh Gott. Okay. 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 Hast du schon voll eingeschlagen? Also in welche Richtung eigentlich? Okay, gut. Dann Anker hoch. Das Anker hoch. Los meine Knechten, los! So kommt sie mir gerade vor. So, jetzt erschieß den. So, sieht gut aus. Okay, wohin? Ich weiß nicht, wo es Schweine gibt. Du weißt schon, dass du das angezündet hast? Oh mein Gott, bruh! Wie kann man das wieder ausmachen? Rechtsklick. Achso, lol! Ich spam da linksklick in der Hoffnung, dass es ausgeht und muss das Job. Ja und ich wusste nicht mal, dass man das anmachen kann. Wie schwerer du jagst und so hoch, ich geh weg. Nein, nein, noch nicht. Jetzt hätten wir auch die Seite und so abgeben können. Bis zum 20. Bis zum 20. Wir haben den 14. hier in der Ah ja. Ähm. Wir f... Fahren mal... Nach Nordosten, weil wir da ne Flaschenpost haben. Ja, an der Stelle, liebe Leute, wie wieder vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's play your thieves. Also macht's gut und tschüss. Achtung. Beinige Scheiße. Vier! Untertitelung des ZDF, 2020